Nein, muss ich dir aufschließen, rechts oder links? Er hat Brocke dann die Karte angemacht, Gas gegeben und dann haben wir weg. Und diese Geschichte ist keine Lüge, die war wirklich so. Ich habe zwei Zeugen, Schäwe und Brocke. Und ihr könnt auch mal nochmal Brocke fragen, wenn ihr den nächsten auf dem Jam mal wieder seht. Weil der Typ ist ja im Moment, er guckt sich im Moment nur noch Pornofilme an. Weil er ist Statistiker jetzt geworden bei VTO, Video, Dingsbums, Video Teresa Olowski. Und er hat sich beworben da, als Statistiker für Videofilme. Und ähm... Das ist egal, scheißegal. Das war's von Zuzbom, scheißegal. Wir sind jetzt draußen, ein bisschen Grafisch-Style gekickt und so weiter und so fort. Oh, Alter. Das war's von Zuzbom. Ist das von der Lautstärke in Ordnung so, Quiz? Das war's von Zuzbom. Das war's von Zuzbom. Das war's von Zuzbom. Das war's von Zuzbom. Baby, Baby. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir unter Grundkönige. Direkt aus dem Revier. Dies ist die Dortmunder Art und Weise, die ich anpreise. Ich bin der Lange, nimm dich mit auf die Reise, auf die Reise in die Originalität. Ich bin der Mann, der dir zeigt, wie es geht. Das sind reine Skips, der Beat muss flowen. Da vertraue ich dem Chris, denn der macht das schon. Wieder im Studio, die Snacks am Knall. Wie süß ein Ohrenschmaus und dem bin ich verfallen. Der was, boom, die Hi-Hat sind am Kicken. Die Füße sind am Stampfen und der Kopf ist am Nicken. Finden, richtigen Sample, nen schönen Effekt. Packe alles zusammen und dann ist es perfekt. Doch, das ist nicht das, was ich sagen will. Jetzt wird es laut und es bleibt nicht still. Jetzt komme ich, der Lange, Solo, Silo-Nation. Ohne Partnerdorf bin ich am Mikrofon. Will das Hausrock, kein Außer Rand und Wand. Metosong-Aftour war ich im ganzen Land. Fast in jeder Stadt war es klasse, Mann. Und kam es nicht auf die Masse an. Hauptsache ist, dass das Publikum rockt. Haben im Dachstall so manchen aufdreht verzockt. Egal, wir hatten Spaß dabei. Und nach der Show gab's allerlei Props. Gehen zurück an das Publikum. Das war heute wundervoll und sprang herum. Kurz gesagt, gut dosiert, konzentriert war die Party. Die Party garantiert auf dem Höhepunkt. Ob laut oder leise, das ist normal. Die Dortmunder Art und Weise, sie zieht Kreise direkt zu dir. Jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Untergrundkönige, direkt aus dem Revier. Jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Untergrundkönige, direkt aus dem Revier. Direkt aus dem Revier. Jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Untergrundkönige, direkt aus dem Revier. Jetzt kommen wir, die Könige, aus dem Revier. Aus dem Revier. Aus dem Revier. Vielen Dank. Und wer das meint. Den gibt es bald nicht mehr. Wir löschen dich aus. Und wir machen dich fertig. Geben dir den Gnadenstoß. Und keiner wehrt sich. Gegen das, was wir tun. Nun ist es Zeit, sich nicht mehr aufzuhuhen. Back to the roots. Zum Battle-Gedanken. Schlagen dich mit Beads und Wörtern in die Flanken. Wollen nur das, was auch Sinn der Sache ist. Nämlich, dass du beweisst, dass du der Beste bist. Stell dich zum Kampf, komm aus dir heraus. Zeig's den anderen, rock das ganze Haus, das ist meine Definition Und so denk ich, das sind meine Gedanken, deshalb denk ich sie In diese Richtung geh mal einen eigenen Weg, denn den Pfad zur Geschichte, den fand ich schon Bin auch vor unten überstarren Drang mit Floh, sag's durchs Mikrofon Für den kleinen Tusch, Funk, hier fehlt der Funk, uns fehlt der Funk Wir haben den Funk, das ist der Dortmund-Fakt, den bring ich dir aus dem Revier Denn jetzt kommen wir, jetzt kommen wir, Untergrundkönige, direkt aus dem Revier Jetzt kommen wir, und jetzt kommen wir, Untergrundkönige, direkt aus dem Revier, zu dir, auf dem Revier, aus dem Revier, jetzt kommen wir, ja, jetzt kommen wir, ja, jetzt kommen wir aus dem Revier, die Untergrundkönige, das sind wir, und wir kommen aus dem Revier, aus dem Mond, und auf das ganze Haus, seit der Lange war's ja, und er macht die Party aus, und wenn er kommt, dann kommt er korrekt, dass sich niemand noch gehängt hat, den Mensch nicht gedeckt. Gedeckt, 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 und jetzt gehen noch Früße raus an.